Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist dein Kaffee in Heilbronn. Denn so bekannt Heilbronn auch als Weinstadt sein mag, du kannst genauso gut deinen Kaffee genießen. Geröstet in Heilbronn, im traditionellen Kaffeehaus, im urbanen Kaffee mit Frühstück oder direkt am Neckar im Grünen mit einem Stück Kuchen. So, so viele Möglichkeiten.